Ja, ähm, nein, ich mach's mit den Nachttischlämpchen. Ich glaub, ich muss so das ganze Haus noch verkabeln. Ich möchte nämlich, ähm, dass ich das Licht an- und ausschalten kann. Und das kann ich, und die Stromleitungen, oder das Redstone eigentlich, kann ich, ähm, hab ich extra, deshalb auch, hab ich zwei dicke Wände gemacht. Äh, ja, komm, da hoch, da, da hier, äh, da kann ich schon Redstone verlegen. Ähm, ja, ich muss da noch schauen. Entweder mach ich eine drei dicke, ähm, wie heißt das? Äh, Decke, oder aber man sieht einfach Redstone dann auf dem Dach. Ja. Jetzt aber mach ich die Decke da. Äh, ähm, ich weiß nicht. Soll ich das so speedy, contales, free Dallas, Alabama's machen, dass ich dann so, ähm, wie sagt man? Keine Ahnung, was wollte ich sagen? Ähm, dass man dann nur so, dass ich die Fresse halte, und dann, ähm, ähm, äh, äh, ich bin doof, schadela. Gut, ähm, ähm, ich bin so schlecht. Äh, okay, ich sag jetzt einfach mal nichts mehr. Und dann werde ich das so speed motion, slow motion machen. Ja, genau. Äh, so, dann. Und, zack. Ja. Ich glaub, ich hab das jetzt mega schnell gemacht. So, dann sieht man, dass ich hier Redstone-Leitung legen kann. Sogar hier kann ich sie legen, aber dann, hier, sieht man's dann. Ja. Wieso ich, äh, wieso hab ich eigentlich diesen Graben gemacht? Ah ja, ich hab ihn nicht gemacht, ich hab einfach hier hab ich gesetzt. Und hier hab ich gesetzt, dass ich das Holz hinsetzen kann, und hier hab ich's vergessen. Aber irgendwie gefällt mir. Boah, entschuldigung, gefällt mir dieser Graben noch. Hm. Ja. Ja, jetzt sieht es schon besser aus, wenn ich die Türe noch schließe. So. Mein Bett. Mein Wohnzimmer. Ja. Ich weiß gar nicht mehr. Ich glaub, man braucht Clothstone, ähm, um, um, um das, äh, Fenster zu schlagen. Um die, um diese Redstone-Lampen zu machen, ähm, glaub ich, zumindest, weiß nicht, ich bin grad mein Mikrofon angekommen. So, ich glaub, jetzt bin ich wieder normal laut. Ähm, diese Lucke mach ich nicht größer, glaub ich. Nö, mach ich nicht. Nö, mach ich nicht. Und hier mach ich noch, mach ich, mach ich noch, genau, mach ich noch. Okay. 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 Nein, echt jetzt? Gut, dann ist hier eine kleine Schwelle. Ja, wie mach ich das am besten? Nein, hier lass ich's noch. Kommt hier eine Schwelle hin. Von zwei... Nein, ich glaub, ich reiss das auch noch raus. Und setz dann hier Kobbeltreppen. Ich geh gleich schauen, ob ich noch Kobbeltreppen habe. Treppen habe. Öp, weiter nicht. Nein, hab ich nicht. Nein, Mist. Ach, komm schon. So, alles eingesammelt. Ja, ich glaub schon. Und ist da was im Wasser gelandet? Nein, ist... Ist nicht. Ähm, dem ist nicht so. Karotte hin, Kartoffel hin. Und... Äh, eine Karotte und eine Kartoffel. Und zack. Da, das hin. So. Rein mit dem... Rein, 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 rein. Rein. Ähm... Irgendwas wollte ich noch. Glaub ich. Ähm... Ich weiß nicht mehr was. Akazienholz. Habe ich noch nie ausprobiert, glaube ich. Könnte ich auch mal. Okay. Hm. Ne, ich glaube nicht. Ähm... Ich glaube, ich mach jetzt schnell die Stühle. Okay. Ähm... Aus... Genau. Ne, ich nehm mal das und da hier mach ich noch. Ich glaub vier sollten reichen. Gut, die Stühle setz ich mal da hin. Das heißt, hier und da. Und dann noch hier und da. Das ist mein Esstisch. Könnte ich noch mit Wolle so... Hm, 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 weißer Teppich. Hm, hm, hm. Tisch, Setz. Eins fehlt noch. Ähm... So. Ähm... Sieht nicht gut aus. Wirklich? Nein. So. Ähm... Wie mach ich das jetzt? Ich hab keine Wolle mehr. Das heißt, ich sammle das wieder ein. Ah, genau. Nein, nein, das ist jetzt doof. Ich hab mir das so cool. Ähm... Das muss man in der Workbench zusammen rückeln. Zack, geht nicht. So. Wie macht man das? Einmal gemacht, immer gemacht, oder wie? Gibt's nicht doof, würde ich sagen. Das ist jetzt schade. Muss ich mir dann noch was einfallen lassen. Ähm... Was ich noch machen werde, ist... Ah, ich sollte mir... Ich mach jetzt das. So. Workbench. Hier. Muss ich nicht immer... Reintrampeln. Ich mach mir noch zwei Blumentöpfe. Und nehm mir... Eine gelbe und eine rote Blume. Und setz sie denn irgendwo hin, glaub ich. Also, eine kommt auf den Tisch. Mitten rein. Nein, nein, nicht mitten rein. Geht nicht. Aber... Tut mir leid, ich werde kurz gestört. Ähm... Ähm... Ist nicht... Aber... Untertitelung des ZDF, 2020